Hallo liebe Zuschauer Hallo liebe Fans, hallo liebe Abonnenten und Abonnenten die es vielleicht nochmal werden wollen, ich bin's, euer Holger und heute habe ich mal wieder eine Produktvorstellung, kommt ja nicht häufig vor, weil kommt ja nicht häufig vor und zwar habe ich heute was Besonderes und zwar, ich halte es mal kurz vor die Kamera, das hier ist der Bestagor Pixel Grill mit Gasfunktion Den habe ich mir jetzt neu gekauft, ich werde euch gleich zeigen wie man den aufbaut, werde euch da ein bisschen was zu erzählen und ich hoffe ich kann das gut einfangen, eventuell ja, das ist erstmal das was ich heute mache, dann gibt es die Tage auch nochmal ein Video dazu wie ich damit koche und brate und hast nicht gesehen und grille Eventuell mache ich heute schon mal eine Tasse heißes Wasser drauf So, dann will ich euch das mal kurz zeigen, ich hoffe das ist jetzt alles gut zu sehen So, dann zieht man die hat eine schöne Außentasche, die hat schön fest, was hier Zieht man die so auf So und ich hoffe man kann es sehen, ich glaube ich muss die Helligkeit noch ein wenig runter drehen So, also, da ist dabei, damit ich euch das erstmal alles zeige, was dabei ist Das sind zwei Feuerschussbleche Dann haben wir zwei Teile für Topfkreuz Dann der Gasbrenner natürlich Einmal so, hier, der wird dann angeschlossen, zeige ich euch aber gleich genauer Dann einmal eine Frontplatte Boah, jetzt muss ich da Eine Frontplatte Einmal die Heckplatte für den Gasaufhang Und normal Ne, das ist die Frontplatte, ja genau, Frontplatte für Gas Die Universalheckplatte Muss das nächste hier rauskommen So, das ist die, das Unterteil Für die Kohle Für Kohle und so weiter und Holz Dann haben wir, dann ist das einmal die Grill, das Grillblech Dann haben wir einmal für zum Kochen Und dann haben, ach, die gehen so schwer raus hier Ich habe sie jetzt schon einmal benutzt Zwei Seitenteile Und einmal das Unterteil, wo alles drauf steht Mit Füßen zum Aufklatten Gehen noch etwas schwer So, das Ganze stellt man so hin Und gut ist Das kommt gleich, das lasse ich jetzt schon mal aufgeklappt Dann ist hier einmal komplett Ich drehe es mal um Dann könnt ihr das besser sehen Die Bedienungsanleitung mit dem, was alles dabei sein muss Und das Gute ist, das ist so eine Art LKW-Plane Das heißt, es ist gut eingepackt Hier ist auch einmal die E-Mail-Adresse Die Web-Adresse Ich werde euch das auch nochmal verlinken Hier unten ist die Bauanleitung, wie man es zusammenbaut Und das zeige ich euch jetzt Dafür muss ich jetzt die Kamera aber gleich wieder umdrehen Weil das kann ich euch von oben nicht zeigen Das ist zu gefährlich So, dann packen wir das mal kurz zur Seite Aber erstmal zeige ich euch noch das Unterteil Also das Unterteil steht so So, jetzt seht ihr das hier Jetzt kann man es auch gut erkennen So, als erstes nimmt man ein Seitenteil Hier sind extra so kleine Löcher drin Hier unten und hier an der Seite Und hier und hier Packt das Ding hier so rein Fertig Dann, das zweite braucht man noch nicht Jetzt braucht man das Heckteil Das ist das hier Das kommt hier hinten Einmal kurz anheben Einstöpseln und rein So Man sollte jetzt normalerweise das hier nehmen Ich habe für mich selber festgestellt Ich nehme den Gasbrenner Fädel den schon mal ein Ich nehme jetzt die unterste Schiene Nein, die obere Schiene Die führt man Sollt ihr das sehen So hier durch So, dann Ich habe es jetzt hier in der oberste Das ist halt nicht zum Grillen jetzt So, lege die erstmal lose drauf Die kann auch ruhig ein bisschen schräg hängen Das macht nichts So, dann Das Hinterteil Einfach von oben nach unten einfügen Das andere Seitenteil Entschuldigung, nicht Hinterteil Wir sind hier ja nicht So Und dann Das Ganze bitte schräg stellen So Einhaken Und zack Drinnen So, dann ist der Brenner auch schon drin Jetzt habe ich natürlich was vergessen Dann muss man noch die beiden Gasprallbleche oder Feuerschutz Keine Ahnung, wie man das nennt Die werden Ein bisschen eng hier Hier oben einfach so Na, komm her So Und dann kann man die hier in der Seite Einschieben Jetzt beim Kochen brauche ich die natürlich nicht Beim Grillen schon Damit dann keine Fett und so weiter Auf den Grill tropft Jetzt klemmt das hier Wieso klemmt das jetzt hier Ah, jetzt So Ja, das ist am Anfang Man muss ihn erst so ein, zweimal aufgebaut haben Ähm So Das ist jetzt immer so ein bisschen Fummelarbeit hier So, und dann ist das drin Und dann kann von oben Ich zeige euch das Ich kann den jetzt nämlich auch schon drehen Dann kann von oben nämlich kein Fett mehr auf die Pfanne tropfen So, das ist die erste Aufbaumöglichkeit Da kommt dann Das Ding hier oben drauf Einfach einhaken Topfkreuz Einmal so zusammen Und dann wird das einfach hier eingefügt Hups So So Und dann kann man Ich habe jetzt keinen Topf hier Ich habe jetzt nur meinen Wasserkessel Einfach so hier oben drauf stellen So So, das ist die erste Aufbaumöglichkeit Da werde ich jetzt mal eben schnell einen Kaffee kochen Beziehungsweise kein Kaffee Sondern einen Ne, halt Ich bin schon wieder zu schnell Wo habe ich mein Gas? Da habe ich mein Gas Ich habe jetzt mal so eine Gaskartusche hier Man kann aber auch Zum Beispiel Habe ich die jetzt Eigentlich habe ich jetzt Die wird dann einfach hier Ich kann euch das jetzt nicht so gut zeigen Aber das ist auch mit so einem Drehgewinde Wird einfach drauf geschraubt Festgezogen Moment gewartet Feuerzeug her So Und jetzt kann ich euch das So Jetzt habe ich es richtig eingestellt Man muss das hier an der Seite Mit der Luftzufuhr Erstmal richtig einstellen Wenn man das nämlich nicht macht Dann passiert das Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt demonstrieren kann Dann schlagen die Flammen oben raus Gut, jetzt sind sie hier Sind sie jetzt nicht blau Äh, sind sie jetzt nicht gelb Ja, jetzt hat man es gerade kurz gesehen So Und wenn das richtig eingestellt ist So wie jetzt Ist er nicht richtig Eingestellt Ist zu viel Sauerstoff dazu Ein bisschen zurückdrehen Noch ein bisschen viel So Ist es jetzt richtig So Dann kann man seinen Topf oben drauf stellen Und kann da drauf kochen Muss ich noch ein bisschen Wasser zufügen Und stellen den Kessel erstmal wieder weg So Mein Kakao ist jetzt fertig Der muss jetzt noch ein bisschen abkühlen Der hier auch Deswegen geht es gleich weiter Ich mache es so lange mal Aus Jetzt erstmal Prost Oh Die Mischung ist stark So Ich nehme jetzt mal das Topfkreuz runter hier Äh Ich habe jetzt leider keinen weiteren Topf hier Um euch das zu zeigen Jetzt kann man das Blech hier wieder runter nehmen Und das Ganze austauschen Gegen das Grillblech Ne Jetzt ist es wieder So So ist das Grillblech Blech Oh Das Grillgitter Grillblech drauf Ich werde mir aber dann noch ein bisschen was anderes machen Ich nehme das jetzt erstmal wieder runter Weil Das gibt es dann im nächsten Video Da gibt es dann noch was zu sehen Wie ich dann Äh Drauf grille Heute leider nicht Ich habe kein Grillgut da Und bisher Und das Fazit dazu Das gibt es auch erst im nächsten Video Aber dafür bauen wir das Ding jetzt erstmal ab Und das Gute ist Man kann alles in eine Spülmaschine packen Das ist alles Spülmaschinen fest So Zuklappen So umdrehen So das Ist das Dann kann man nämlich Das Ganze hier wieder lösen Dann kann man das Rohr Hier hinten ist eine Befestigung dafür So Klettverschluss Zack Und habe das Gasrohr auch noch mit hinten anbefestigt Ob das jetzt so richtig ist mit dem Gasschlauch Weiß ich nicht Aber es funktioniert auf jeden Fall Ähm Ich werde noch ein bisschen wieder rum basteln Das kommt aber in einem anderen Video So Das war jetzt der erste Teil zu dem Bestago Pixel Grill Mit Gas Ähm Als Gasgrill Version Ähm Ich werde euch im nächsten Video noch ein bisschen mehr dazu zeigen Ich kann es jetzt im Moment nicht machen Weil ich gerade kein Grillgut habe Dann werde ich euch auch zu kurz zeigen Wie man mit Kohle und Holz damit heizt Dafür muss das Wetter aber etwas besser werden draußen Weil im Moment Es ist die ganze Zeit nur Äh Nieselregen Und deswegen Gibt es im Moment nicht Ähm Ich hoffe das Video hat euch Spaß gemacht Wenn ihr mehr Videos sehen wollt Drückt die Glocke Vergesst nicht zu kommentieren Schreibt mir auch in die Kommentare Was ihr davon noch mehr sehen wollt Dann werde ich da drauf eingehen Und ähm Drückt die Glocke Blablabla Genau Und Wenn euch das Video gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn euch das Video nicht gefallen hat Macht dann drückt er leider Ähm Mag ich nicht Und das wär's eigentlich schon für heute Tschüssikowski Euer Holger Prost Prost Pûlp Zara W Aren